ARD Text im Auftrag des ZDF Und jetzt? Lass mal schlafen. Nee, komm lass mal küssen. Echt jetzt, ja? ARD Text im Auftrag des ZDF Was ist denn jetzt eigentlich mit deinem Auge passiert? So ein Typ auf dem Klassentreffen. Der wollte irgendwie und ich halt nicht. Komm mal her. Jetzt denk mal, ich hab den reingehauen. Ja, da kommt noch Martin. Sehr guter Freund von mir und seit drei Jahren noch mein Schwager. Hallo. Janne? Ja? Wollen wir vielleicht jetzt machen? Worüber willst du denn reden? Na ja. Es tut mir leid. Ich weiß auch nicht, jetzt musst du schon ein bisschen sagen, was du so brauchst oder was ich tun kann. Du bist ja süß. Ich könnte mir ja mal eine Tafel Schokolade vorbeikommen. Kriegst du im Griff, ja? Kriegst du im Griff, ja? 2025 für eine Zeit sein. Gasirs und in Zuschauer... реально gut ist. Wie souvent kost dir chính р